Hallo, mein Name ist Rolf Fuhrmann, ich bin erster Vorsitzender des Schausteller Vereins Wuppertal und bin Mitveranstalter dieses Pop-up-Freizeitparks, dem HANA Freizeitspaß bei Ostermann. Unsere Top-Attraktion ist der Big Spin, dazu kommt noch der Love Express, der Breakdance, der Autoscooter, Williger Wurm, die Kinderachterbahn und das Geisterdorf. Für unsere kleinen Besucher haben wir den Mini-Autoscooter und das Kindersport-Kaussell. Dazu kommen natürlich auch noch die Leckereien wie Bratwurst und Backfisch. Und für die Süßen unter euch haben wir gebrannte Mandeln, Schokofrüchte, Zuckerwatte und Popcorn natürlich. An Spielgeschäften findet man hier das Ballwerfen, das Pfeilwerfen, das Entchenangeln, eine große Verlosung und ein großer Greifer. Das Hygienekonzept besteht darin, dass die Security den Einlass regelt. 700 Leute dürfen maximal gleichzeitig auf das Grundstück. Wir haben in jedem Geschäft einen Desinfektionsspender, drei Waschboxen haben wir auf dem gesamten Platz, wo die Leute sich die Hände mehrmals waschen können. Wir müssen natürlich am Eingang ein Kontaktformular auswählen und ich hoffe, dann kommen wir einfach mit viel Spaß durch die Sache. Wir wollen mit dem Pop-Up Freizeitpark keine HANA Kirmes ersetzen. Dies ist eine Notlösung. Wir brauchen klare Signale von der Politik, wie es mit uns weitergeht. Wir wollen hoffen, dass es nächstes Jahr wieder normal weiterläuft. Wir möchten uns auch nochmal bei der Firma Ostermann bedanken, die uns dieses Grundstück hier zur Verfügung gestellt hat, damit die HANA Kirmesfreunde wenigstens ein klein wenig Kirmes haben können. Zu finden sind wir an der HANA Landstraße Nummer 40, direkt neben dem Küchenzentrum der Firma Ostermann. Und kostenlose Parkplätze gibt es bei uns natürlich auch. Wir haben auch einen Pendelbus eingerichtet, der fährt vom HANA Markt direkt zum Freizeitpark. Und das ist unser Kontaktformular. Das muss jeder Besucher ausfüllen zur Nachverfolgung. So, und das Hände desinfizieren natürlich nicht vergessen. So, was man hier so alles noch erleben kann, seht ihr jetzt. Hier gibt es an Leckereien alles, was das Herz begehrt. Wie chinesische Nudeln, den Ausschank zum Braukessel, das Fußballspiel, leckere Eiscreme, Langosch, Churros, Original, belgische Pommes und mehr. Den Schießstand, tolle Ballons in allen Variationen, ein Derby, leckere Kartoffeltwister, Crepes und mehr. Und jetzt nehme ich euch mit, wir drehen mal eine Runde. Viel Spaß und los geht's. How's that, man? How's that? How many minutes did I have? Yeah, it's nice, yeah. How's that, man? So, und das ist klasse. Guck mal, das ist ein Tages-Sondergewinn. Und ein Tages-Sondergewinn für dich, der Super-Teddy-Wir, hier von Jürgen-Sosa. Guck mal, das ist ein Tages-Sondergewinn. Ich bin der erste, ich bin der letzte, aber ich werde es dir. Yo lo gozaré Pa' serte sincero Un dios el que te enseña Lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da Será lo que será Los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Será lo que será Los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Also jetzt heißt es herkommen, vielleicht sieht man sich ja mal. Und wenn nicht in Hahn, sehen wir uns dann vielleicht in Wuppertal vom 9. bis 25. Oktober auf dem Kanapaplatz.